Hallo Moin Moin und herzlich Willkommen von der Kieler Förde. Heute stehen wir fast im Wasser, möchten jedoch zurück zu unserem Standort an der Daimler Straße. Wie bekommen wir das hin? Natürlich mit der Navigation, aber mit Hilfe der Drei-Wort-Navigation können wir das Ganze noch einfacher und bequemer machen. Was ist denn nun eigentlich What's Three Words oder abgekürzt W3W? W3W ist eine App bzw. eine Anwendung, bei der die gesamte Welt in Quadrate aufgeteilt wurde, die eine Seitenlänge von 3x3 Metern haben. In unserem Fall heißt das Quadrat Gebrauch, Sprecher, Staub. Wir öffnen jetzt unsere App und geben die Adresse zu der wir navigieren wollen ein, in unserem Falle Daimler Straße 1 in Kiel. Wie wir jetzt sehen, gibt es genau das Quadrat Eintraf, Kies und Woche. Dieses führt uns zum neuen Haupteingang nach unserem Umbau. Jetzt müssen wir nur noch das Ganze auf unser MBU-X übertragen. Hey Mercedes, was kann ich für dich tun? W3W Eintraf, Kies, Woche. Wir sind jetzt angekommen bei Eintraf, Kies, Woche, dem künftigen Haupteingang. Fragen, Anregungen, Wünsche gerne in die Kommentarfunktion. Ich freue mich drauf.